So, wir machen einen Zauber Wir haben ja hier den Soft-Zauber Falsch Super So, erstmal wird hier wieder ein Haus benutzt Oga So, wir gehen jetzt zur Stadt verkaufen Den Hanisch, dann kommen wir wieder hierher 97 Fangspunkte und 390 Gold erhalten Und anhand des Geldpreises Mach ich aus welchen Hanisch wir verkaufen Flammen oder Eis Ah, es gibt hier doch Hydras So, wir gehen jetzt Daris und Pozock konnten die Hüterer nicht besiegen? Schade. Ich frage mich, wie stark ich wäre, wenn ich das Eisschwert hätte. Aber nein, das passt schon so. 457 Erfahrungspunkte und 300 Gold erhalten. Da ist ja eine Sackgasse. Ich glaube, alle anderen Wege wären auch Sackgassen. Wir haben ja noch 24 Minuten Zeit. Vielleicht mache ich das noch schnell. Und vergewissere mich da. Oder mache ich das beim Rückweg wieder hin? Ich glaube, ich mache beides. 180 Erfahrungspunkte und 60 Gold erhalten. So, hier geht es weiter. Da oben waren wir ja schon. Aber da links waren wir noch nie. Sackgasse. Und hier geht es im Kreis. Das geht verdammt schnell, Leute. Wir machen das doch jetzt einfach. Dann haben wir hier schnell alles erkundet. Wir haben durch Zufall gleich den richtigen Weg bekommen. Dabei dachte ich mir, ich fange jetzt einfach außen an und gehe dann nach innen. Und nehme einfach die äußersten Wege, die ich finden kann. Wir haben eine Sackgasse gefunden und danach gleich den richtigen Weg. 228 Erfahrungspunkte und 150 Gold erhalten. Das ist auch eine Sackgasse. Moment, jetzt haben wir schon alles erkundet. Wow. Wir haben jetzt schon alles erkundet, Leute. Das war so einfach zu erkunden. Ich bin gespannt, was wir da dann alles kriegen noch. Oh Mist. Ich glaube, jetzt habe ich drei Leute denselben Carab angreifen lassen. Ah, egal. 300 Erfahrungspunkte und 100 Gold erhalten. So, beim Fluss sind wir schon mal draußen. Da rechts ist auch unser Schiff. Aber das werden wir nicht brauchen. Wir gehen ja jetzt zur Hafenstadt. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 97 Erfahrungspunkte und 390 Gold erhalten. Ein Ogre! Ich weiß noch, wie das erste Mal auftaucht und ich dachte, ein Ogre! Und er war auch relativ schwer zu besiegen. Und jetzt können die drei von uns mit einem einzigen Angriff besiegen. 48 Erfahrungspunkte und 195 Gold erhalten. So, die voraussichtliche... Ein Iguana! Das voraussichtliche letzte Monster hier. Davor wir in die Stadt kommen. 38 Erfahrungspunkte und 50 Gold erhalten. Wir müssen auch wieder Heal Potions kaufen. Naja. So, erstmal... Ja, ich glaube, erstmal gehen wir wieder Sachen kaufen. Okay, also wie viele Heal Potions brauchen wir? 11 Der Rest passt alles. So, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 So, Pure Potion Zelt und die Hütte haben wir ja noch genügend. Brauchen wir also keine kaufen. Dann gehen wir jetzt hier noch schnell speichern. Gut, machen wir uns wieder auf den Weg zurück. 8 Minuten Zeit haben wir ja noch. 8 bis 18 Nein! Oh, ich hätte es fast vergessen, Leute. Der Grund, warum wir hier überhaupt hingegangen sind. Das Mad Pony. Oder 2 Mad Ponys. 2 Verrückte Pferde. 31 Gefahrungspunkte und 30 Gold erhalten. So, Rüstungen waren, glaube ich, auch links. Ja, genau. Jetzt bin ich gespannt, was mehr wert ist. Der Flammenharnisch oder der Eisharnisch? Der Flammenharnisch ist 30.000 wert. Der Eisharnisch ist auch 30.000 wert. Na, dann bleiben wir beim Flammenharnisch, Leute. Denn wir sind jetzt sowieso gerade in einem Eis-Dungeon. Da ist Feuer, glaube ich, besser. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sind es irgendwelche Effekte. Ich weiß nicht. Aber ich würde den auch gerne behalten. Wir haben einfach zu wenig Platz. Wenn wir den jetzt behalten, können wir nichts anderes mehr tragen. Also, weg damit. Habe ich eigentlich alles andere wieder angezogen? Ja. Waffen. Ah, wir haben noch eine Simaxe zu verkaufen. Machen wir auch noch schnell. Die Waffenhände sind ein bisschen versteckt. Ich glaube, ich habe Zirikulat gegeben. Genau. Wir haben 300.000 fast, Leute. Das ist richtig geil. Das gefällt mir. So, wir speichern das nochmal. Also, wir können uns wirklich alles leisten jetzt eigentlich so ziemlich. Ich meine, wir können uns dann sogar den nächsten Zauber leisten für Pozocker und Rikulat. Bin ich mir ziemlich sicher. Sogar den, also den nächsten Zauber für Pozocker und dann die nächsten und übernächsten Zauber für Pozocker. So rum meine ich das. Ein paar Spinnen. Auch wenn sie zuerst angreifen dürfen, aber egal. Also Rikulat eine Spende noch nicht besiegen kann. Finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Aber naja. 35 Gefahrungspunkte und 50 Golte halten. So rum. So rum. So rum. So rum. Sehr schön 42 Erfahrungspunkte und 103 Gold erhalten Gut, dann wieder nach oben Wir haben mit den Dorfboden in der einen Stadt noch nicht gesprochen, nachdem wir den Unheuer des Feuers besiegt haben Vielleicht hätten die ja noch was gesagt Naja In Folge 100 machen wir auf jeden Fall erstmal das hier fertig Ich hoffe, wir schaffen das fertig Bin mir eigentlich ziemlich sicher Wir haben schon alle Sekunden, sobald ich das erkannt habe Das ist einfach nur noch hin und her laufen Und vielleicht fahren wir dann noch in die eigene Stadt zurück, um die Dorfwohner zu fragen 300 Erfahrungspunkte und 100 Gold erhalten Eine Hydra Wenn man den Weg sofort direkt um mir gefährt, dann kommt man auch viel schneller hin Habe ich das Gefühl 228 Erfahrungspunkte und 150 Gold erhalten Es kommen trotzdem zu viele Monster, habe ich das Gefühl Ich bin gespannt, dass ich das für die Harbungen spüren und mich gar nicht möge Ich bin gespannt, wie immer wiederkeits Ich bin gespannt, wie immer mehr da, wenn ich es lane vaifinde Ich bin gespannt, wie ich mir vorlässt habe Ich bin gespannt, wie ich es sicher Ich bin gespannt, wie ich mich ein bisschen ist Ich bin gespannt, wie ich mir lege So, das müsste jetzt eigentlich Könnte fertig sein Ich glaube nicht, dass Rikulat den jetzt schafft Er hat schon mal eingeschafft, aber ich glaube, das waren über drei oder vier Runden, oder? Naja, mal sehen Ja, nee, so wird das nicht, Rikulat Dann übernehmen wir das eben Und wenn ich wir sage, meine ich prozocke 360 Erfahrungspunkte und 120 heute halten So, jetzt kommen vielleicht noch einmal Monster hier am Fluss Auf den Fluss und danach Kommt noch einmal Monster an Land Und dann sind wir drin Oder vor der Höhle, besser gesagt Reingehen wir nicht mehr Sonst werden das Überlängen folgen Vor Folge 100 Hatte ich nur ein einziges Mal Bei Vampires Dawn Eins glaube ich Oder was zwei Keine Ahnung Hatte ich bei Folge 100 oder was 250 Nein, Folge 100 Habe ich vergessen, dass ich eigentlich nur ein paar Folgen aufnehmen dürfte Und dann habe ich ganz normal aufgenommen Und dann wurden die Fünf Nein Es wurden Drei Folgen Wie war das? Und es perished Äh, 534 Erfahrungspunkte und 2,8,2,9,40 Genau, ich habe in einem Dungeon Schluss gemacht Und Hatte noch vier Folgen übrig Und in diesen vier Folgen Muss ich dann aber aus dem Dungeon raus Sodass diese vier Folgen Ich glaube 30 Minuten gedauert haben Ach Mist, ich wollte eigentlich gar nicht da rein Okay, wie viel Leben fehlt uns? Ah doch, Rikulat fehlt schon einiges Da ist nicht so viel Ein Po circa ein bisschen Bei mir 5 Äh, 7 Wir nehmen Wegen Rikulat eine Cabin Ja, wir sind jetzt alle voll aus Rikulat Na gut Dann Hoffe ich Wünsche euch viel Spaß Morgen Eine Stunde Final Fantasy Ciao